Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Was sagen Sie? Hören Sie den Beschuss nicht? Riesige Aufmerksamkeit. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russen schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufringen. Verzucht, siehe! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russen schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufringen. Did I just show Hitler that? Ah, shit. ZEFART! Nein, 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 nein! Man müsste die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufringen. Es ist bei Fehr! Stop breaking the law, at-hole! Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russen schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufringen. Das ist unerhört. Unerhört! Der Russen steckt zwölf Kilometer vor dem Strecke. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Ich schau!